Jetzt also dritter Versuch für die Ravens, der Pass durch die Mitte und der Siege empfangen! Musa Keita, zweiter Touchdown! Schöner Pass davon, Lukas Wefelsieb auf die linke Seite. Und da ist Musa Keita, läuft quer in der Endzone, steht dann völlig blank. Und damit, was haben wir denn jetzt, das 48 zu 20 für die Ravens.